Ich baller einfach die ganze Zeit einfach anders aus. Das ist so krank. Ja, Hure Dure. Ja, aber was, ey? Du kannst einfach immer drücken. Irgendwer hat immer Damage gekocht. Ja, ja, Leute auf Dawn carried. Kommt der Vollmond, let's go. Das ist der Try. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Immer noch, ihr könnt mich nicht in den Boden nerven. Das geht nicht. Hör ich dich damit aus uns dann raus, Goldmage? Meine Güte, was ist denn für ein Scheiß? Verpiss ich. Juhu, ich hab so am Trollen. Uns gleich kommt, diese Kreise kommen gleich. Jetzt müssen wir es kommen mit 5. Jetzt. Jetzt. Einfach Sprint. Zieht euch den Depkuren. Ich zieh euch auch noch mal schaut. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, wir nehmen wieder einen Tick. So, wie soll jeder getaubt sein, ne? So, jetzt reinziehen. Schnell, 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 reinziehen. Schnell, schnell, schnell. Ja, dann zieht dich einfach nach den ersten Explosions einfach gleich rein, ne? Also, ich halte jetzt meine Sachen. Achso, ich hab dann in Rack gegen den Spiel. Ja. Vorsicht, Vorsicht. Schnell, nur zieht ihr was? Ah, RIP, BERG! Haaaah! So, rüber! Oh, 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 die Fett. Oh, oh, die Fett. Passt, passt, passt. Du bist ein OCR? Ja, ja, klar. So, geil, ja, noch nicht. So, verteilt euch locker. würde ich aussagen kreise abwarten und nach sofort rein und danach gehen wir rein jetzt jetzt noch dafür ich habe heilung des todes jetzt okay dann wollte ich mal was sehen ja er war draußen 62 energie und dann muss der boss tot sein ich glaube letztes oder vorletzer scheu der wien ist der brand oder rangers nur geht auf einen spieler wahrscheinlich ich habe aber auch schon was überlegt der darf der boss darf der kuppel am rand getankt werden darf nicht der mann geteckt wird also vermute ich weil ich hatte zum beispiel eben das problem dass ich durch den strahl weggeschnitten war und also ich hätte rauslaufen müssen nachdem die buffs wieder ran jetzt kommt danach kommt vom sentry und danach kommt die die wörse ja ja jetzt jetzt rein schnell 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 ich hab das nicht geschafft der war zu schnell 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 noch einmal noch einmal oh fuck okay das kann man so durchgehen aber das geht das geht das geht das kann man das auch so spielen wenn man da drin ist ja wenn du das so richtig spielst kannst du es machen ja so war das halt aber das ist halt ein bisschen glück dass die leute genau so standen dann ne aber muss das doch dann nicht viel ja also ich denke mal auch wenn man das einfach drin hat dann ist der das ist cool der ist fast pace das ist action der macht nicht vor keine lange kein langer kein langer kein langer